Die Hochzeit ist besonders gegenüber anderen Festen, da sind über die ganze Stadt verteilt Leute, die sind wie im Mittelalter angezogen, wie zum Beispiel der Earl of Wittenberg mit seinem Marskrog hier, Vince, halt mal hoch, ja, wenn er wirklich durch die ganze Stadt geht, überall, das sind alles Wittenberger, Wittenberger, die angezogen sind wie im Mittelalter, finde ich toll. Großartig. Das ist für uns schwierig gewesen, uns anzupassen, weil wir haben ja eine Bühnenkleidung, deswegen trage ich heute Funktionsunterwäsche drunter, nur als Zeichen, nur als Zeichen, ja. Wir haben so eine Mitte der Weise. Richtig, genau. So Freunde, jetzt wollen wir nochmal zusammen singen, denn der Tag ist noch frisch, da können wir noch was Schwieriges mit euch zusammen wagen, denn, ja, ja, wir wollen eine schwierige Textstelle mit euch zusammen singen, ich gebe euch den Text schon mal rein, der Text ist Jalalalalalalala. Das wäre jetzt der Moment, wo ihr das schon mal, jeder für sich ein bisschen probieren könnt, also ein bisschen schneller, Jalalalalalalala, bitte einmal bei drei, eins, zwei, drei. Also jeder, also jeder, jeder interpretiert es anders, aber es ist nicht so schlimm, wir spielen uns den Song vor, am Ende, sehen wir auf euch und ich hoffe, ihr lasst uns nicht hängen. Seid ihr bei uns, dann geben wir sein Ja. Ja, das ist doch schön, das ist liebe Musik von den Crew Cuts, ein wunderbarer, relaxter Song, der passt gut heute hierher. Er nennt sich Shibumm, Shibumm, Mamam, two, three.